Die neunte Armee ist die neunte Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der neunte Armee vereinigen. Die neunte Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wink! Soll mit der zwölften Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die zwölfte Armee, erschiebt nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee im Kehrmacht! Dann entblößen wir die Westfront! Haben Sie noch zwei Fälle in einem Befehl? Ich glaube! Ich habe mich klar genug ausgedrückt!